Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagesgeheimnis am 8. April 2018 Heute ist ein Schicksalstag und das hat mit unseren Wünschen, Sehnsüchten, Träumen, Visionen etwas zu tun. Es gibt Tage, wo wir daran glauben, es steht ganz nah, wir fühlen das auch. Dann gibt es Tage, wo wir anfangen daran zu zweifeln und es gibt Tage wie heute, dass alles so hoffnungslos erscheint und wir sagen das auch. Ich glaube daran gar nicht mehr. Ich habe die Hoffnung verloren, das steht mir gar nicht zu. Und genau in diesen Schicksalstagen wie heute sollen wir diese Hindernisse überwinden und Stärke zeigen, gerade in diesen Momenten, weil das sind die entscheidenden Momente. Gerade heute sagen, doch, ich glaube daran. Das geht zum Erfüllung. Natürlich muss das realistisch sein. Also bleiben wir mal bodenständig. Aber wenn das realistisch ist, dann können wir auch als Ziel setzen und dann ist es auch erreichbar. Und die, wo daran glauben, die haben immer Erfolg im Leben. Und heute, wenn ich die kosmische Energie betrachte, besonders in die Liebe Partnerschaft, ist dieser Glück da. Mars und Venus stehen in wunderbarer Verbindung und verbindet mit Tierkreis zeichnen Steinbock, mit Tierkreis zeichnen Stier Erde-Element. Das hat mit Bodenständigkeit, mit Realität etwas zu tun. Das heißt, es ist keine Träumerei, sondern es ist Realität. Und damit haben Glück die Stiergeborenen, die Steinbockgeborenen, auch die Jungfraugeborenen, haben Glück auch die Krebsgeborenen und auch die Fischengeborenen. Und die Richtung sollen auch die Skorpiongeborenen schauen. Also nicht nur warten, sondern auf anderen zuzugehen. Was die Gespräche betrifft, sind immer noch die Geheimnisse da. Entweder sollen wir unsere Wünsche geheim halten, weil versucht jemand einen Stein im Weg zu legen oder gibt vielleicht einen gut gemeinten Rat und sagt, vergiss es davon, das wird doch sowieso nichts. Und in dem Moment kippt das alles um und wir geben auf. Also lieber schweigen. Aber diese geheime Gespräche kann auch bedeuten, dass irgendwelche Schwätzereien gibt, was unangenehm sein kann hinter unserem Rücken. Damit sollen wir auch bewusst sein. Das kann uns allen treffen, aber in erster Linie trifft es die Krebsgeborenen und die Steinbockgeborenen, die Harmonie reinbringen können oder die Gerechtigkeit vertreten, vermitteln, harmonisieren, Frieden bringen. Das sind gerade die Wagen Geborenen. Und das war meine heutige Tagesbotschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.